Hola, hola, getal, hier aus Fuerteventura, meine heiß geliebten Insel. Ich bin jetzt hier in La Hades auf dem neu gelissenen Objekt, eine Neubauvilla. Die Details finden Sie bei mir gelistet unter dem Reiter 24L7. So, mit schönem Schwimmbad, mehrere Zimmern und Schlafzimmern. Und da hinten sehen Sie den Calderon Honda und Sie sehen, es ist richtig schön grün. Eine Walkthrough, eine virtuelle Tour finden Sie bei mir auch auf meiner Homepage und auf meinem YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Spaß, weil das ist wirklich richtig toll. Und wir machen noch Fotos, aber da sehen Sie dann, wir räumen nicht auf, weil da sind zwei kleine bezauberte Kinder drin, aber die sollen natürlich nicht erscheinen. So, dann machen wir in Ruhe dann nochmal eine Fotoserie. Das stehe ich dann bei mir auf die Homepage drauf. Also, ich wünsche Ihnen was. Tschüss.